Hey Fresh Boy, was geht ab, Bruder? Nein. Ich hab was gefunden. Willst du wissen, was es ist? Es ist eine Schatzkarte. Lass auf ein Abenteuer gehen. Los, pack deinen Rucksack. Los, 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 los. Hallo, ich zeig euch, wie man Enten jagt. Junge, du hast meinen Freund erschossen. Er war eine hässliche Ente. Wir opfern dich. Stopp! Oh Mann, was denn jetzt, Mann? Vielleicht will ich auch nicht sterben? Junge, deine Mutter will nicht sterben. Ich habe alles versucht, aber nichts hat geklappt. Egal, ich hab noch meine Bombe. Oh, ein Bus. Hey, Herr Busfahrer. Fahren Sie in den Dschungel? Ja, steig in meinen Audi. Hey, er nimmt uns mit in den Dschungel. Ja, warte. Das ist gar kein Bus, das ist ein Audi. Du hast recht, das ist ein Audi. Komm, wir gehst du Fuß, Fresh Boy. Ich bin witzig, ha, ich bin witzig, ha, 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 ha. Ich erzähl ein Witz und die Leute machen, ha, 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 ha. Ich bin witzig, ha, 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 ha. Ich bin witzig, ha, 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 ha. Gib mir deinen Arm. Hier, bitteschön. Ich nehme das Messer. Ich ficke dich. Junge. Gib mir dein Blut. Ah. Zierender Pfeiffer. Also ich habe 3D-Hund gesagt, er soll seinen Feature-Part aufnehmen. Das ist draus geworden. Auf der Autobahn spazieren. Das darf man eigentlich gar nicht. Auf der Autobahn spazieren. Die Polizei fährt mir schon hinterher. Auf der Autobahn spazieren. Ich sehe mich als einen King, weil ich kann. Ich bin ein Ninja. Bist du mich verarschen? Mein Vater kann Karate. Karate verbessern. Zigarre zünden. Hose runter. Stängel durchlüften lassen. Ja, so sieht eine Mittagspause aus. Ich liebe meinen Job im Büro. Ich gehe diesmal angezogen zur Schule. Wer braucht schon Piercings? Ich habe Wäscheklammern. Auch so an gewissen Stellen. Ich weiß schon welchen. Aber klar doch. Das ist mein Ding. Ja. Das ist dein Ding. Ich habe kein Problem damit. Keiner hat ein Problem damit. Hey, Fresh Boy. Wann ist endlich Boomba fertig? Alter, wenn Leute sich den Shrek gerade geben, dann ist der Boomba fertig. Ach egal. Niemals. Ah, hihihi. Boomba ist Kack. Hey, hihihi. Fresh Boy. Komm auf die dunkle Seite. Junge Mann, ich will hier in Ruhe kacken, Mann. Komm auf die dunkle Seite. Okay, mir reicht's. Friss den Stein, du Wichser. So, weiter geht's. Junge, ich habe gerade diese fette Kakerlake auf dem Boden gesehen. Sie geht in Richtung Norden. Ich glaube, da müssen wir hin. Spider-Man, Spider-Man, komm und rette mich, Spider-Man. Ja, ich mache eine Rolle und der grüne Mann bringt sich um. Spider-Man, Spider-Man, komm und rette mich, Spider-Man. Ja, dieser Oktopus ist jetzt wieder nett und er bringt sich um. Spider-Man, Spider-Man, komm und rette mich, Spider-Man. Spider-Man, ich bin jetzt schwarz. Spider-Man, warte, ich raps nicht. Spider-Man, ich bin jetzt schwarz. Spider-Man, nein, ehrlich, ich raps nicht. Spider-Man, ja. Die Bombe hat nicht funktioniert. Aber das ist egal. Ich habe noch meinen Hund. Ich werde ihn einfach so werfen. Er hat halt so krasse Zähne. Spider-Man, ja. Ich bin Gangster. Ich bin Gangster. Ich bin Gangster. Ich geh raus und spiele mit dem Sand 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 Sand ist traurig, aber ich nicht, was ein Opfer Wir lassen dich schlimmer sterben Wir verbrennen dich im Wald Wie wolltest du mich eigentlich vorher töten? Wir wollten dich schlucken Ehrlich? Das ist lame Dann brenne ich lieber Also ich hab Drettich und nochmal gesagt, wir sollen Feature-Pod aufnehmen Das ist draus geworden Oh, ein Horrorhaus Da hinten steht ein Monster Nein, Spaß, das Monster höre ich Ah, fuck Okay Okay, wo bin ich? Hallo Wo bin ich? Okay, ja, du bist in der Hölle Komm mal mit, ich zeig dir mal dein Zimmer Das ist dein Zimmer Ah, nice Ey, ähm Darf ich eigentlich auch mit euch feiern? Nein, Mann, du bist hässlich Habubi hababa Ha Ja, kann's nicht Ey, Entschuldigung, habt ihr vielleicht Feuer? Ne, sorry, bin kein Raucher Okay Ja, Rauchen ist halt was mit Pussis Warte, was meinen sie damit? Wir sind halt cooler als sie Der Grund ist einfach Wir nehmen halt alle Kokain, Kokain Wir nehmen alle Kokain Kokain, Kokain Wir nehmen alle Kokain Bei Blitz ist und bleibt der beste Sport Jung und frisch Jung und frisch Jung, was hörst du rum? Du bist doch jung und fresh Ey, nein, ist der nicht Er ist alt, oder? Ehrlich? Wir verbrennen dich jetzt Ja, das ist Feuer Hast du einen letzten Wunsch? Ja, Meckes wär jetzt geil, ne? Ist das dein Scherz? Sollen wir dich da jetzt hintragen, oder was? Sollst du den Spaß machen? Okay, Jungs, heb dich hoch Jungs, Digga Junge, Boomba ist ein Arst Deine Mutter ist ein Arst Sie ist Arst Sie ist Arst Da geht mir ja ein Licht auf So sieht mein Arbeitsplatz aus Okay Sehr interessant Aber sie müssen das jetzt alles wegräumen Sie wissen ja Sie dürfen hier nicht mehr arbeiten Ja Weiß ich Ey, berühren Sie dort drüben mal den Roboter Der hat ein lustiges Selbstverteidigungssystem Okay Ich habe dir Waffe aus dem Tefig geholt Und du hast keine Chance Erwarte nicht viel Hier wird echt nicht viel passieren Ich habe dir Waffe aus dem Teufel Aber ich bin jetzt gleich Ich bin im Affenscheiße getreten, Bruder. Was ist das? Das ist keine Affenscheiße. Ich bin offen im Kreis.